Cringe Roy Leute und die fünfte Woche der Herausforderung hat soeben begonnen. Es geht wieder um eine Schatzkarte in Snobby Shores und ich werde euch jetzt wieder zeigen, wo der Schatz sich befindet. Erstmal suchen wir die Schatzkarte eben kurz. Okay, hier habe ich sie schon gefunden. Sieht mir auf jeden Fall schwer aus nach Haunted Hills mit dieser Kirche und ich glaube, das ist das linke Gebäude von da. Als nächstes werden wir mal da prüfen, ob der Schatz am Start ist. Okay, in Haunted Hills angekommen und jetzt ist nur noch die Frage, in welchem Stockwerk sich dieser Schatz befinden wird. Wird der offene Gebäude sein, im Innenraum oder im Keller. Und da gucken wir jetzt einfach mal. Okay, also hier ist er schon mal nicht. Ach, guck mal Leute, hier oben müsst ihr einfach nur landen. Ich markiere es euch auch nochmal genau auf der Karte. Wir zoomen noch hin. Genau hier neben der Kirche. Eigentlich ganz easy. Wow, guck mal, der betreibt sich gleich richtig mit der Rakete. Haha, keine Chance. Leute, lasst mir gerne ein Abo da und macht die Glocke auch noch gleich an, um immer sofort von den neuesten Tricks zu erfahren, die wöchentlichen Challenges immer parat zu haben und für die neuesten Neuigkeiten. Es lohnt sich auf jeden Fall hier zu abonnieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Bis zum nächsten Mal. Euer Crunch Royale. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020